Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! aus Nürnberg haben uns entschlossen, einen FÜG-Kanal, einen Kanal für Rechtsfragen nach den Hanifidischen Messeb zu eröffnen und kurze Videos reinzustellen über aktuelle Fragen, die die Muslime, die deutschsprachigen Muslime bewegt. Es gibt natürlich schon einige Kanäle, die meisten allerdings nicht auf Deutsch und von denen, die auf Deutsch sind, werden die meisten von den Wachibiten geführt. Das Problem mit den Wachibiten ist einfach, dass sie oder wie sich nennen, die Salaf, was eigentlich nicht die Bezeichnung gilt für denen. Das Problem ist, weil sie folgen kein Messeb und machen mitunter eigenwillige Auslegung oder geben irgendwelche Quellen an, wie Albani, die selber nicht so maßgeblich sind. Und ihr Slogan, richtet euch nach Koran und Sunnah, das lässt sich sogar nicht machen. Wenn man auch Ihnen was fragt, dann kommen Sie selber in Ihre Gelehrten daher und deshalb wollen wir jetzt einfach in der Marktlücke schließen. Wir machen kurze Videos von ein paar Minuten nur, weil wir wissen, dass gerade die Jugend heute lange Videos nicht mehr anschaut, zumindest nicht über diese Themen. Wir wollen deshalb behandeln auch spezielle Fragen und wir hoffen, dass wir damit einen Beitrag leisten können für den deutschsprachigen muslimischen Raum hier in Deutschland und in Österreich und eventuell in der Schweiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato. Untertitelung des ZDF für funk, 2017